Der erste Handelstag für ARM, größter Börsengang des Jahres. Es hat ein paar Stunden gedauert, bis man den ersten Kurs festgelegt hat. 51 Dollar war der Zuteilungskurs. Der erste Handel etwa 9 bis 10 Prozent über diesem Niveau. Interessant ist, wenn man mal diese Argumentation bei CNBC verfolgt. Ja, ist zu teuer. Nee, jetzt nicht. Warten wir mal ab, bis sich das einpendelt. Dann vielleicht doch lieber Nvidia, weil die sind auch hoch bewertet. Die haben aber Wachstum und ARM. Der Umsatz im abgelaufenen Fiskaljahr hatte einen 1% Umsatzrückgang. Und die Bewertung schon zum Zuteilungskurs lag bei über 100. 100. Ja, trotzdem hört man immer wieder. Das war ja auch der Tenor von Dan Niles. Schaut euch das Interview nochmal an, was ich vor einigen Monaten gemacht habe. Der sagte damals auch schon, das ist Europas Antwort auf Nvidia.